ARD Text im Auftrag von funk Ich hab keine Sonnenhose gemacht. 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 Ich war schon mal im Urlaub, in meiner Heimat. Das haben die Feuerwehrleute am Feiertag gemacht. Ich lauf raus, der gerade sagt an deiner Seite. Hast du die Musik extra angemeldet? Nein? Ja, ja. Oh, wow! Kester, dein Motor läuft noch. Willkommen beim S.O. Ja, Ende. Willst du aufhören? Das haben letztens Hilton, Kane und ich im Nacht bei der Verwahrstelle gemacht. Musik ist eh rum. Gib noch mehr. Willkommen beim S.O. Ich hätte auch mehr vermisst. So ist nicht. Ah, ja. Jetzt bin ich bereit. Hallo? Ist die Musik? Oh, wow. Ich liebe meinen Beruf. Ich muss nichts anderes machen. Ich hab's jetzt wieder abgebrochen. Ah, ja. Warum nicht direkt alle gleichzeitig? Macht doch viel mehr Spaß. Okay. Ich hab noch viel kaltere Leder drauf wie sowas hier. Oh, Gott. Wolltest du es echt alle jetzt machen? Sollen wir jetzt lieber in den Garten gehen dafür? Oh, was? Bevor die Leute dann hier stehen bleiben. Oh, Gott. Das ist genau... Wer kennt's? Ich kenn das Lied. Ist erinner da, ich meine Schwabe, denke ich zuh. In die Zukunft. Jetzt hab ich zum, ähm... Classic Custom erfahren. Oh, mein Gott. Ich komm immer näher! Ich komm immer näher! Äh, Mischchenkauf! Äh, Mischchenkauf! Ich komm immer näher! Ich komm immer näher! Ich komm immer näher! Ich komm immer näher! Es fehlt die Musik! Ja! Kein Auto! Leute! Hm? Hm? Das ist grad ganz schwierig! Achso! Irgendwann muss man noch einen Schlüssel zu meiner Karre haben! Hier! Hm? Ich schleich die ganze Zeit ein Auto hin und her! Ja, das war grad der Rappler! Der ist da die ganze Zeit vor und zurück gefahren! Ach, scheiße Motor! Weil das Suarez ist, ne? Ich kill den! Shit darf ich immer da hinten! Ich komm immer auf das Dach! Warte, hier komm! Boah! Kevin, aufpassen! Auf dem Dach, wo jetzt Kevin ist! Von da aus haben wir Suarez gestern beobachtet, wie er hier mich gestalkt hatte! Naja! Arschloch! Das dumpfe Gefühl, dass er gleich wieder stalkt! Oh, ich hab immer was dabei! Blei tut jedem gut! Ja! Wenn man da noch schnuppe, wenn ich danach gekündigt werde, ne? Hauptsache der Typ leakt! Ja, Alter! Soll ich einfach in Ruhr lasse, weil mein Leben so genug zerstört! Ja, das Ding ist... Das Ding ist... Kane Hilton und ich haben schon gesagt, wenn wir gekündigt werden sollten, macht Kane wahrscheinlich DJ Matrix. Hilton und ich, wir gucken dann. Und ich hab auch mal zu Kane gesagt, ne? Wäre meine Bewerbung beim PD nicht angenommen worden, wäre ich eh kriminell geworden. Das Ding ist, ich kann dir offen ehrlich sagen, ich bin vor ein halben Jahr hier eingereist. Ich hab den Kiez sofort kennengelernt. Ich hab direkt ein Angebot bekommen, vom Kiez bei dem beizutreten. Ja, ich hab das Angebot... Ich hab's abgelehnt damals. Ich hab das Angebot von den Vagus bekommen, bei denen mitzumachen, wo die mich als Geise genommen haben. Hallo, ich bin halber Maxi. Nee, also ich kann sagen, ich hab damals ein Angebot vom Kiez bekommen. So ist es nicht, ich hab's abgelehnt und, äh... Ja, ich hab drei Monate gekämpft, um in den SO reinzukommen. Kannst du dir auch Kästler fragen, drei Monate hat's gedauert. Und dann war ich jetzt nur drei Monate dort. Und eine Person zerstört von so vielen Leuten das Leben gerade. Ja, aber dafür ist er selber rausgeflogen. Mhm. Und er war gestern die Ansage von Fischer kassiert. Ja. Das Geile ist, macht er einen Fußtritt hier auf das Grundstück. Hausfriedensbruch. Einen Fußtritt. Einen Fußtritt. Einen Arsch. Was hat der für Autos? Massako? Drafter? Und? Ähm... Ein... Toros? Oder Nowak? Sowas ist das? Ich... Ich... Ich fahr mal ne Runde einmal um den Block und guck mal ob irgendwas ist. Ja. Ich sag doch, dir hat sich mit falschen Personen angelegt. Hm? 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 Hab gesagt, so alles hat sich mit der falschen Person jetzt angelegt. Ja. Eieiei! Fängt das schon wieder an? Hat jemand irgendwie Musik? Na ja, ich bereite da gerade vor. Moment. Hm, bin ich mal gespannt. Wenn's sogar lange sagt, dass es ihm scheißegal ist, dass er seinen Job verliert. Und darauf, äh, Zahre schießen muss. Das ist schon alles, ne? Hm. Hm. Es gibt halt andere Wege. Klar. Weil manche... Soll jetzt nicht, äh, irgendwie böse klingen, aber manche Leute denken nicht zweimal nach. Ja, gut. Ich bin mein Pinkeln. I-io. Ist es jetzt so schlimm, dass ich mal rote Haare habe, oder was? Der erste Schock ist halt... Ach. Hat das mal Bock drauf, was Neues zu machen. Hm? Ich sag ja nicht, dass du sie nicht haben darfst. Es... Es ist halt einfach, äh... Ja, klar, erinnert dich wieder. Aber kann ich ja nix, das wusste ich ja nicht. Hm. Hm, was geht's? Wegen den roten Haaren. Ich erinnere mich an eine gewisse Person. Ja, ich... Ich wusste es nicht. Nee, bei... Bei mir hat's was anderes getriggert. Eva. Hm. Oh, hm. Genau die Frisur, die sie sich gemacht hat, bevor sie für immer verschwunden ist. Oh, ich weiß das auch alles nicht. Nice. Also ey, was hast du noch mit der Frisur gesehen? Hm, die hat aber nicht... Also mit der Farbe. Die hat aber nicht die Farbe. Ja, aber die Farbe. Äh... So, grad zu einem überlegen... Boah... Ich habe heute so ein geiles Lied gehört, das ist so mega. Wach mal, ich... ich mach mal kurz... Ich gebe da hier dieses Lied ja... Ihr kennt doch Eskimo Callboy, oder? Hm. Hier haben wir das Lied rausgebracht, das ist so geil! Ich muss das Lied wieder raussuchen, auf mein Handy ziehen. Es ist einfach nur geil, das Lied. Eh, wo ist denn das Ding jetzt? Ich kenn's schon. Das neue Lied? Kennst du, wie findest du das? Es ist cool, ne? Oder? Ja? Wieder total bescheuert, das Video wie immer. Wie eh und je von denen. Ist aber nur geil. Jetzt muss man ein Handy ziehen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wo ist das Lied? Wo ist das Lied? Wo ist das Lied? Da! Hört man das? Hä? Hä? Irgendwie spinnt das, das ist übelst leise. Sag mal Forrest, bist du ready? Hm. Was wollt ihr machen? Was sind Lied? Was? Ja, lass dich überraschen. Nee, wenn das wieder so ein Short ist, wenn das wieder so... Nee, wenn das wieder so... Nein! Nein! Oh nein! Dein scheiß Ernst ist Kessler! Er hat Luft. deriv für Te! Ey, der Dark! Ayiana! Was gefesselt! Naja! Das einzige, was ich gesehen hatte. Wo ich jetzt zum Concept hochfuhren, wo man auch hier unten auf den Innenhof gucken kann, kam und Schwarz jetzt reguelt zuvideo. machen oder ich weiß nicht was du machen willst er hat mich gefesselt ich darf nicht wegrennen moment der drei anfangen und nein das ist die drei ich wollte eigentlich was anderes machen wie gesagt wo ich zum kurz hinter ruhe fuhr kamen und da kommen wir auch mal auf meinen leid habe ich noch bock haben nur ein schwarzer drifter runter mit pommes zeke bist du bereit da war auf jeden fall hinten irgendetwas drauf ja soares hat so einer was macht ihr da machst du egal das sieht aus als müsste dringend auf klo oh gott ist doch ich bin so scheiße ich bin so ich bin so das ist ... ... ... ... ... ... ... Die Zeit ist so kacke. Sie haben mich gefesselt. Ja, Emmi, ich bin hier viel Spaß, ich will mal eben kurz was gucken, ne? Danke. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch vorgeworfen, wie bei mir. Ich glaube, ich habe keinen Platz. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Hast du denn, ich glaube, andere Lied noch auf dem Handy? Das glaube ich gerade gemacht habe, oder? Ne, ich meinte eigentlich keines mehr mit Switch, dass mein Trigger Lied ist. Mittranspere oder was? Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Ich bin hier in die Marke und da wird dir Dienstmittelmessbrauch. Also wenn du schon so Tanz hättet ihr so absprechen müssen mit dem Tänzen.